Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 17. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 618 und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Fritz OS 7.10, Airbnb, Steam Link, Super Mario Maker 2, 5G und Fita. Zum einen die Fritzbox. Wenn ihr eine solche besitzt und per Zufall gerade eine mit der Nummer 7590, 7530 oder 4040, dann seid ihr eine der Ersten, die ein Update bekommen auf das neue Fritz OS 7.10 oder 7.10, wie man es auch immer nennen mag. Hat ganz tolle neue Features, wie zum Beispiel der QR-Code, welcher ihr auf dem Telefon anzeigen könnt für die Freigabe vom Gastzugang, also WLAN. Smart Home und Telefonie wird auch ins Mesh eingebunden, mehr Transparenz im Mesh und noch ein paar weitere Funktionen. Und vor allem ganz cool, nachdem das Update installiert ist, bekommt ihr eine E-Mail, dass das Ganze drauf ist. Finde ich einfach sauber und schön. Weiter geht's mit Angela Ahrens. Sie hat ja zu Beginn dieses Jahres bei Apple gekündigt. Das ist wie ziemlich aus dem Nichts gekommen und man wusste lange nicht, wo sie hingeht. Zu Beginn dieses Monats hieß es bei Airbnb, dass man eine Frau mindestens in den Vorstand mit reinholen möchte und das haben sie jetzt getan. Nicht Angela Ahrens, zuerst die Anne Mather und dann noch Angela Ahrens dazu. Also mittlerweile sind zwei Frauen da. Und sie soll auch da wieder eine Aufgabe haben und viel zu tun. Weiter geht's mit Steam Link, die App, die vor fast, ja doch mehr als einem Jahr, nee, circa einem Jahr in den App Store bei Apple gekommen ist und auch bei Google. Bei Google ist es geblieben, bei Apple ist sie rausgeflogen. Das hatten wir ja hier in der Daily, aber auch im Geek Talk, dem Mutterformat und im Spiele-Podcast dazu. Also an drei Stellen. Und ja, jetzt fast ein Jahr später kommt die App oder ist die App jetzt endlich da. Man kann jetzt Steam Link auch auf iOS Devices nutzen. Wer spielen mag und kann und will, unbedingt installieren. Kein falscher Weg. Auch spielen könnt ihr bald schon mit Super Mario Maker 2. Ich mag mich noch an meine Box, die steht hier hinter mir, erinnern. Vom ersten Teil ein tolles Spiel, selber Mario Spiele oder Mario Länder entwerfen und anderen freigeben und solche Geschichten. Das könnt ihr ab dem 16., nee, ab Juni, genau das Datum ist noch nicht bekannt. Warum habe ich den 16. im Kopf? Muss irgendwas anderes sein. Auf jeden Fall ab Juni diesen Jahres kommt Super Mario Maker 2 zum Kaufen. Dann gibt es auch Neuigkeiten von der 5G Front. Nachdem Oppo bei der Swisscom gestartet hat mit ihrem Renault-Telefon und dann Huawei und Xiaomi bei Sunrise eingesprungen sind und da ihre Telefone angeboten haben, kommt jetzt der dritte im Bunde und das ist Samsung. Ihr Samsung Galaxy S10 5G wird ab dem 14. Juni im Verkauf sein hier in der Schweiz. Und dann könnt ihr fleissig und schnell surfen mit niedriger Latenz, auch mit dem neuesten Samsung-Telefon. Sobald das Gerät natürlich verfügbar ist, werde ich es testen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Bis dahin, geht mal in die Shownotes, da habe ich die Digital Daily Beitrag verlinkt und da ist ein Geek Talk TV Film drin, wo der Achim und ich an der MWC waren und ein bisschen mit dem Gerät rumgespielt haben. Zu guter Letzt nochmals eine Folge oder ein Hinweis, eine Newsmeldung in eigener Sache auf dem Geek Talk Blog. Da habe ich ein tolles Interview veröffentlicht mit Fitta Beam und der ist der Pflanzensensor und das Ökosystem drumherum. Was das genau ist und warum ich das da vorgestellt habe, ist ein Crowdfunding-Projekt. Anhören, lernen und, wenn ihr mögt, unterstützen. Ich finde es ein tolles Projekt, deshalb hier der kurze Hinweis drauf. Und das war es dann auch schon. Die Woche ist rum und mal schauen. Vielleicht ab nächster Woche wieder mit Achim. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ansonsten, uns gibt es auch nächste Woche wieder. Euer Pocky Psi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.